Musik Aufgrund ihrer schönen Landschaftsform wird die Gegend rund um die brandenburgische Stadt Bucco auch Märkische Schweiz genannt. Musik Musik Sanft erheben sich die Hügelketten aus den klaren Gewässern und laden die Gäste zum Erkunden der Natur ein. Musik Bucco hat sich den Lehren des Sebastian Kneipp verschrieben und dafür 2003 eine staatliche Anerkennung erhalten. Musik Es gibt dort aber auch nette Restaurants, die Kneippslehren nicht so dogmatisch streng auslegen. Musik Das kulturelle und touristische Highlight Buccos ist aber die nunmehrige Museumsvilla von Berthold Brecht und Helene Weigel, alleine deretwegen sich schon der Besuch der Stadt lohnt. Musik Das Brecht-Weigel-Haus hat als öffentliche Einrichtung seine Pforten erstmals 1977 geöffnet. Es liegt direkt am Ufer des Schermützelsees und es kommen also viele Besucher aus dem In- und Ausland jedes Jahr, um unsere Städte zu besichtigen. Natürlich ist es auch wichtig, dass man den Leuten nicht nur die Atmosphäre anbietet, wie Brecht und Weigel hier gelebt haben, sondern uns ist es vor allen Dingen wichtig, auch den Leuten Kunst und Kultur anzubieten. Wir haben seit elf Jahren einen Literatursommer im Brecht-Weigel-Haus mit unterschiedlichsten Veranstaltungen. Die finden zum Teil im Garten statt bei schönem Wetter oder in unserer Wohnhalle, die auch eine sehr gute Akustik hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017